Ich versuche jetzt keine schönen Worte zu finden, nennen wir es einfach beim Namen. Der November wird für viele ein sehr schwerer Monat. Für mich auch wieder auf jeden Fall. Hei, 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 das ganze Weihnachtsgeschäft, was im November stattfindet, für mich auch. Und was mich so über den Winter bringt, alles erstmal weg, wunderbar. Aber mit Schickungen bleibt man nicht einfach in der Negativität, sondern versucht kreativ mit den Dingen umzugehen. Und da möchte ich natürlich mit gutem Beispiel vorangehen. Und da habe ich mir auf die Schnelle spontan jetzt was einfallen lassen. Und zwar im November werde ich für dich gratis jeden Tag Qigong-Kurs anbieten. So wie auch schon im Frühjahr, als wir da beim Lockdown jeden Tag gemeinsam üben konnten. Und es wird folgendermaßen stattfinden. Folgendes ist meine Idee. Ich werde drei Kurse produzieren. A, zehn Kurseinheiten. Das sind dann ja 30 Tage, den ganzen November. Und die werde ich später dann aus YouTube wieder entfernen und dann als Online-Kurse auf meiner Plattform Podia oder Teachable verkaufen. Als Online-Kurs. Aber du bekommst den ganzen November jeden Tag diese Kurse, also jeden Tag die Einheiten gratis. Und ich lasse die dann auch, ich denke, noch nach November eine Woche noch drin, falls du ein bisschen später einsteigst. So, dass du die Möglichkeit hast, jetzt den ganzen November, vielleicht ist das ja für dich einfach nur ein schöner Monat. Aber ich denke, für viele wird das psychisch eine ganz schöne Belastung werden. Und durch die ganzen Einschränkungen. Und da bietet es sich ja an, dass wir Qigong üben, um das Gleichgewicht zu fördern, um vor allen Dingen das Gefühl der Leichtigkeit in uns zu erzeugen. Also ich persönlich werde das brauchen. Wie es um dich steht, weiß ich nicht. Aber ja, deswegen möchte ich dich herzlich dazu einladen, den November mit mir täglich Qigong zu üben. Auch Samstag und Sonntag. Und deswegen werde ich da also, wie gesagt, jeden Tag dann für dich eine Übungseinheit von, ich gehe mal so aus von 20 Minuten ungefähr, hochladen. Wo wirklich dann wie im Frühjahr auch schon der Schwerpunkt auf der Übung selber ist, auf den fünf Übungen. Und dann noch mit ein paar kleinen Spezialübungen und so. Das ist gleichzeitig, denke ich, auch wie ein kleines vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für dich. Und ich würde mich freuen, wenn es dich freut und wenn du mitmachst vor allen Dingen. Und ich weiß auch, es werden nicht alle jeden Tag mitmachen. Ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn du magst, kannst du daraus auch eine November Challenge machen und sagen, wow, wenn ich wirklich jeden Tag mitübe im November, dann wird es mir egal, was der November bringt, sehr viel besser gehen und alles, was nicht konstant ist und wegbricht und man weiß nicht, wie es weitergeht. Da ist es wichtig, dass wir uns im Inneren das Gefühl von einer gewissen Konstanz geben und von einer gewissen Sicherheit und Beständigkeit, die im Außen im Moment nicht da ist. Und das können wir nämlich als Zaubertrick mit Qigong-Übungen so gestalten, dass wir jeden Tag mitüben und dass du nicht irgendwie alleingelassen zu Hause bist, sondern wir stehen das zusammen durch. Das ist meine Idee für diesen November. Und ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber es kann ja auch sein, dass, ich wage es kaum auszusprechen, dass es noch länger dauert als nur den November. Das ist ja erst mal vorläufig nur der November. Hoffen wir, dass das also nach dem November wieder zu einer Öffnung kommt. Aber auch wenn es nicht zu einer Öffnung kommt, dann lassen wir uns halt was Neues einfallen. Hauptsache, wir fühlen uns im Inneren gut oder zumindest besser. Wir sind im Gleichgewicht, können unsere Gesundheit stärken in dieser Zeit. Und ich würde mich, wie gesagt, riesig freuen, wenn du mit dabei bist. Und dann geht es auch schon morgen am 1. November los. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.